Musik 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 Ey, na klar ist es herrlich, ständig auf Tour zu sein. Man erlebt unglaubliche Abenteuer. Überall findet man Freunde. Überall gibt's was zu feiern. Und ey, wir wissen wie man Party macht. Aber genauso schön ist es, wenn man dann wieder nach Hause fahren kann. Endlich wieder nach Hause. Endlich wieder nach Diedenhofen. Und wenn man dann zu Hause ist, in Diedenhofen, oder wo auch immer. Ich denke, das wird euch genauso gehen. Ist man zu Hause, denkt man sich, um Gottes Willen. Und über dieses Gefühl haben wir ein Lied geschrieben. Und das heißt, Amol im Johar. Endlich wieder nach Diedenhofen. Endlich wieder nach Diedenhofen. Endlich wieder nach Diedenhofen.